Die brutalste Kritik an der Aktienrente, die jetzt kommen soll. Der Staat verzockt jetzt unsere Renten und das auch noch auf Pump. Das ist ein Super-GAU, heißt es. Oder auch, das ist ökonomischer Wahnsinn. Aber ist das Ganze wirklich so dumm? Und überhaupt, wie funktioniert diese Aktienrente? Muss ich jetzt als Anleger was selber machen? Und was sind möglicherweise die Konsequenzen von dem Ganzen? Das Rentensystem knirscht schon lang. Und das ist ausnahmsweise auch mal nicht die Schuld von der Ampelregierung. Sondern Schuld sind natürlich die Boomer und die älteren Generationen. Die haben sich nämlich nicht nur nicht angemessen vermehrt, sondern sie haben dann auch noch die Frechheit, dass sie immer länger leben. Und sie wollen aber die ganze Zeit dann auch Rente haben. Und wenn sie dann allein stehen sind, dann weigern sie sich auch noch, dass sie ihre schönen, großen Häuser und Wohnungen räumen. Dabei wollen wir die jetzt doch haben. Die sollen jetzt mal Platz machen für junge Familien. Nicht, dass die sich die Wohnungen dann leisten könnten. Aber egal, Rentner wollen wir da drin keine mehr sehen. Aber wie auch immer, also wie gesagt, an der Rentenkrise an sich ist jetzt nicht unbedingt die Ampelregierung schuld. Ich betone das nur, weil ich den Eindruck habe, viele Zuschauer hier, die mögen die Ampelregierung gar nicht mal so besonders. Das habe ich scharfsinnig geschlossen aus ihren Kommentaren hier, die ich dann oft sehe. Also es ist ja egal, ob man hier Videos macht über die USA und China oder über Elon Musk oder auch über den Staatsfonds von Katar. Das, was viele davon mitnehmen, das ist dann oft die Ampel sind Verbrecher. Die Ampelregierung muss weg. Es kommt also anscheinend doch irgendwo ziemlich von Herzen. Aber dabei hängt sich doch die Ampel gerade voll rein. Und jetzt hat sie ja auch einen Durchbruch präsentiert. Sie haben sich wirklich mal auf was geeinigt. Vor allem Christian Lindner und Hubertus Heil, nämlich auf die Aktienrente. Damit soll es jetzt eben möglich sein, dass man das Rentenniveau eben doch auf 48 Prozent hält. Auch nach 2027, ohne dass die Beiträge steigen und auch ohne, dass das Eintrittsalter steigt. Und Olaf Scholz hat dann auch gleich gesagt, alles andere wäre ja eine Rentenkürzung gewesen. Und dafür sei er aber nicht zu haben. Das ist eine Frage des Anstands und des Respekts. Und der FDP-Generalsekretär, der hat dann auch gleich gesagt, das ist ein Riesenerfolg. Klingt doch erst mal super. Über die Aktienrente reden die ja schon lang. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich mal gedacht, na ja, die werden jetzt wahrscheinlich die private Vorsorge fördern mit Aktien. Und das ist ja auch eine gute Idee und eine gute Sache. Aber so ist es ja nicht. Und jetzt denken viele, die Rentenkassen investieren jetzt in Aktien. Aber wie sollten sie das machen? Die Rentenkassen haben ja kein Geld. Und darum ist es jetzt eben so, dass der Staat für die Rente in Aktien investiert. Und zwar jedes Jahr so 10 Milliarden Euro, vielleicht auch 12, bis es dann irgendwann 2035 oder so einen Kapitalstock geben soll von 200 Milliarden Euro. Das ist dann das Generationenkapital. Und damit kann man schon was anfangen. Das soll dann nämlich auch so pro Jahr eine Rendite abwerfen, so von 10 Milliarden Euro dann. Und die kann man dann eben wieder ins Rentensystem pumpen. Aber der Staat hat ja eigentlich auch kein Geld. Und darum kommt jetzt der Witz an der ganzen Sache. Damit der Staat dieses Portfolio aufbauen kann, wird er sich verschulden. Er nimmt die 10 Milliarden Euro pro Jahr als Schulden auf, sodass er am Schluss sozusagen sein 200 Milliarden Euro Aktienfonds hat, den er sich finanziert hat, auf Pump. Und jetzt noch der nächste Knaller. Aber diese 10 Milliarden Euro Schulden pro Jahr, die gelten nicht als Schulden, sondern weil man nämlich dafür sagt, dafür bauen wir ja auf der anderen Seite ja auch Kapital auf. Die werden also nicht auf die Schuldenbremse angerechnet, sondern der Staat macht diese Schulden einfach so und sagt mehr oder weniger, das sind ja keine Schulden. Ist es schlau, das so zu machen? Oder ist es der reinste Supergau, was inzwischen auch vielfach gesagt wird und die Reaktionen auf das Ganze, das kann man sich ja vorstellen. Die Sozialverbände haben protestiert, die Gewerkschaften haben protestiert. Sarah Wagenknecht hat gesagt, das ist die reinste Casino-Rente jetzt. Die Ampel zockt jetzt mit der Alterssicherung der Bürger. Und der Rentenexperte Professor Bernd Raffelhüschen hat gesagt, das ist ökonomischer Wahnsinn und dass die Ampel dafür eine 6 in Mathe verdient. Aber ist das Ganze jetzt total grundfalsch? Also was jetzt natürlich nicht stimmt an Kritik, das ist, dass jetzt sozusagen direkt mit den Renten gezockt wird. Am Rentensystem an sich, da ändert sich dadurch ja gar nichts. Da steigt nichts, da fällt nichts, sondern den Zockertropf sozusagen, den hat ja der Staat, das ist sein Problem und das vom Steuerzahler. Es geht also nur darum, wenn das Ganze erfolgreich ist, dann kann sich der Staat seinen Zuschuss ins Rentensystem eher leisten, als er das vielleicht sonst könnte. Und der Grundgedanke, dass man dadurch so eine Art Kapitaldeckung jetzt eben auch kriegt, der wäre jetzt auch nicht ganz verkehrt. Nur ein Kapitalstock, der muss eben auch erstmal irgendwo herkommen. Und was bringt es, wenn der nur geliehen ist? Und darum eben auch diese Idee mit den Aktien, weil die werfen ja höhere Renditen ab langfristig und darum kauft man die. Und am Schluss hofft man, wird schon irgendwas hängen bleiben. Aktien sind toll. Wenn ich nicht der Meinung wäre, dass es so wäre und dass Aktien eine gute Geldanlage sind, dann wäre ich nicht hier. Aber ich bin jetzt definitiv keiner von den vielen, die da immer behaupten, dass Aktien immer grundsätzlich zwangsläufig eine Durchschnittsrendite abwerfen müssen von 6 bis 8 Prozent. Und dass das ein Naturgesetz ist, nur weil es bis jetzt immer so war. Ich habe das hier in einigen Videos auch schon ausführlich begründet, warum ich das so sehe. Und in dem Zusammenhang würde ich mich natürlich auch über ein Kanal-Abo von Ihnen freuen. Zum Abo geht es hier unten. Aber wie auch immer, manche sagen ja sogar, dass Aktien manchmal auch fallen. Und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Und gehen Sie doch mal zur Bank und sagen zu denen, ich hätte gern 10 Millionen Euro. Ich habe zwar keine Sicherheiten, aber ich lege die ja dafür in Aktien an. Und das Portfolio wirft dann ja viel mehr Geld ab, als ich Zinsen brauche für den Kredit. Dann werden Sie von dem Banker aber hören, was Ihre Renditeerwartung wert ist. Die Bundesregierung, die kriegt das Geld natürlich trotzdem. Aber das heißt noch lang nicht, dass die Rechnung dann am Ende dann auch aufgehen muss. Und auch wenn sie aufgeht, es kann zwischendrin immer eben harte Rücksetzer auch geben. Das hier ist der Crash zum Beispiel beim DAX von 2000 bis 2003. Das ist ein extremes Beispiel natürlich. Aber er ist eben in der Spitze um mehr als 70 Prozent gefallen. Und das Geld war auch wirklich erst mal weg. Und wenn sowas passiert, zum Beispiel 2035 dann mit 200 Milliarden Euro im Topf, was ist dann los in der politischen Landschaft? Ist es dann immer noch toll und vertretbar oder schmeißt man das hin? Privatanleger machen ja meistens den Fehler. Die verabschieden sich aus Aktien, wenn der Markt gerade unten ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben hoch, dass die Politik dann den gleichen Fehler auch macht. Und der Kredit läuft dann aber natürlich weiter. Und was man aber auch nicht vergessen darf, die Zinsen drücken ja die Rendite auch die ganze Zeit. Die Zinsen, die man zahlen muss. Also man wird auch dann, wenn das Ganze halbwegs gut läuft, jetzt nicht unbedingt die Wahnsinnsrenditen verdienen mit dem Modell. Und nehmen wir aber mal an, die Rechnung geht trotzdem auf. Und wir haben dann 2035 wirklich den Kapitalstock von 200 Milliarden Euro und von da an Ausschüttungen pro Jahr von 10 Milliarden Euro. Das sind dann eben trotzdem nur 3% von den Renten insgesamt, die die gesetzliche Rentenversicherung heute auszahlt. Das sind nämlich in einem Jahr 308 Milliarden Euro, Stand 2022 und ohne die Pensionen. Und es ist aber auch weniger als 10% nur vom Bundeszuschuss an die Rentenversicherung. Der war nämlich auch schon bei 109 Milliarden Euro. Es ist also eigentlich nichts. Und das ist die viel wichtigere Kritik an dem Ganzen. Es reicht eben hint und vorn nicht. Was die Bundesregierung auch weiß, das sagt sie ja auch, das soll alles nur der erste Schritt sein. Aber gleichzeitig stellt sie sich jetzt eben doch schon hin und sagt, die Beiträge steigen nicht und das Niveau bleibt bei 48%. Und sie redet von Anstand, aber alles, was sie bis jetzt dafür hat, das ist diese Finanzakobatik. Und dabei war ja der Weg, auf dem man schon mal war, dabei war der ja gar nicht so falsch. Also warum macht man nicht eine richtige Aktienrente? Warum fördert man die private Vorsorge da nicht mehr? Oder auch die betriebliche? Oder gibt auch Zuschüsse da für Geringverdiener? Oder erhöht auch endlich mal die Freibeträge? Warum bestraft man die, die vorsorgen wollen? Leute, die privat vorsorgen, die haben ja wenigstens noch die Chance, dass sie halbwegs Renditen damit auch erwirtschaften, weil sie das nicht auf Pump machen und weil sie sich ihre Rücklagen auch nicht erst mal leihen müssen. Aber manchmal hat man dann eben das Gefühl, dass der Staat das so gar nicht so wirklich will, sondern dass er da lieber selber die Hand drauf hat, weil er wie immer natürlich glaubt, dass er das selber besser kann. Wobei wir natürlich schon Leute hätten, die das gut können würden. Der hier zum Beispiel, das ist ein Regierungsmitglied, gleichzeitig aber auch ein ausgewiesener Experte für Aktienrecht und für Cum-Ex-Modelle. Der hat inzwischen zwar alles wieder vergessen, aber man ist da natürlich schnell wieder drin, wenn es darauf ankommt. Aber vergessen wir auch eins mal nicht? Das Ganze klingt jetzt so unglaublich nachhaltig, nach Kapitaldeckung und nach einer neuen Säule der Altersvorsorge. So wird es ja auch immer beschrieben. Aber genau das ist es nicht. Wie gesagt, es hat mit der Rentenversicherung an sich gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur ein neuer Staatsfinanzierungstrick. Und was man damit bezahlt und unterstützt, das ist egal. Und wer sagt, dass man damit das nur mit der Rente machen kann, machen wir doch nochmal 20 solche Aktientöpfe auf. Und damit zahlen wir dann in Zukunft den Klimaschutz und die Verteidigungsausgaben und die Kultur und überhaupt alles. Warum sparen? Warum Steuern zahlen? Soll der Staat doch einfach noch viel mehr Schulden machen und damit dann Aktien kaufen? Und wir leben dann alle schön gemütlich von den Dividenden. Es wird einem also schwarz vor Augen, wenn man das Ganze auch mal zu Ende denkt. Und das kommt mir in der ganzen Debatte im Moment aber ziemlich zu kurz, weil sich alle festbeißen an dem Thema Rente. Und woran sich auch der eine oder andere festbeißt, das ist, dass das Ganze angeblich jetzt wieder ganz furchtbar sozial ungerecht ist. Ulrike Herrmann zum Beispiel, die hat in der Taz geschrieben, die Aktienrente ist darum schlecht, weil dann die Börsen steigen, wenn der Staat da jetzt auch noch Geld investiert. Und davon profitieren ja die Reichen. Sie schreibt also, es ist also ein Subventionsprogramm für die Wohlhabenden, was auch erklärt, warum die FDP sich so vehement für den Plan einsetzen würde. Das ist natürlich Quatsch. Und da kann man auch nur dem Kollegen Christian Röhl zustimmen. Der hat getwittert, das Generationenkapital, also dieses Aktienrentenkapital, das hat ein Volumen von 12 Milliarden Euro pro Jahr. Derweil wurden allein gestern bloß in Nvidia 44 Milliarden Dollar umgesetzt. Zitat Ende. Also wieder mal irgendwas rausgehauen, ohne jedes Gefühl für die Dimensionen, die es eigentlich hat, irgendeine Unterstellung rausgehauen. Und trotzdem, wahrscheinlich wird es zur Aktienrente die nächsten Wochen keine Talkshow geben, in der nicht Ulrike Herrmann sitzen wird. Die Rente ist ein hartes Thema, ist völlig klar. Und es gibt da keine einfachen Lösungen. Aber trotzdem, eine Regierung, die verantwortungsbewusst ist, die muss das Thema trotzdem irgendwann mal anpacken. Und die Ampel, so wie sie jetzt aufgetreten ist und so wie sie ihre Aktienrente präsentiert hat, als die große Lösung. Damit hat sie gezeigt, meines Erachtens, dass sie das Thema nicht ernsthaft angehen will. Und dass sie sich da der Realität auch verweigert. Allerdings, die meisten anderen Regierungen vor ihr, die haben das genau so gemacht. Und der einzige Politiker die letzten 30 Jahre, der wirklich was getan hat, zum Beispiel eben für die Rentner. Und der auch dafür gesorgt hat, dass die jetzt mehr Geld in der Tasche haben. Das war Jürgen Trittin. Und der war noch nicht mal Finanzminister oder Arbeitsminister, sondern der war Umweltminister. Aber er hat das Flaschenpfand durchgesetzt. Aber auch Humor muss irgendwo mal eine Grenze haben und darum belasse ich es jetzt auch dabei. Ich würde mich freuen, wenn Sie hier auch in Zukunft öfter wieder dabei sind. Vielleicht ja auch als Abonnent von diesem Kanal. Dafür schon mal vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.